Hallo, ich herzlich willkommen hier zu diesem Video Tutorial 3 hochprofitable Candlestick Muster, die jeder Trader kennen sollte. Mein Name ist Jens Klatt, ich bin der Gründer von jk-trading.com und im folgenden wollen wir uns den Candlesticks mal en detail widmen und ganz besonders eben diesen hochprofitablen Candlestick Mustern. Candlesticks benötigen viele Trader in ihrem Trading bzw. auch in ihren Charts wahrscheinlich genauso wie ein Surfer den Wind benötigt und die Frage, die sich allerdings vielen Tradern stellen wird, ist, welche sind denn wirklich profitabel und wenn wir von profitabel sprechen, welche liefern eventuell eine Trefferquote, die deutlich über 50%, vielleicht sogar über 70% liefert. Genau dieses Video soll sich dieser Frage en detail widmen und wir werden im folgenden einen Blick auf diese werfen. Blicken wir zunächst nochmal zurück auf ein früheres Video Tutorial, auf das Video Tutorial die vier Hauptunterschiede zwischen Amateuren und Profitradern. Dort hieß es, wie du dich erinnern solltest, Profitrader denken in Wahrscheinlichkeiten. Und was ich dann gemacht habe, war, dass wir ein Beispiel genutzt haben. Und zwar, wir haben ein Candlestick Pattern namens Three Black Crows aus der Enzyklopädie auf Candlestick Charts uns näher betrachtet, welches laut dieser eine Trefferquote von 78% haben soll. So sehen diese Three Black Crows eben tatsächlich aus. Und plump gesprochen hatten wir dann gesagt, vier von fünf Trades zeigen einen Gewinn, deuten auf einen Gewinn, aber eben der Ausgang eines einzelnen Trades ist zufällig. Und darauf haben wir dann eben entsprechend unsere weiteren Ausführungen zum Denken in Wahrscheinlichkeiten aufgebaut. Mich erreichte im Anschluss dann eine E-Mail von jemandem, der fragte, das ist total cool, Three Black Crows, das war mir gar nicht so wirklich bewusst, dass das eine Trefferquote von 78% hat. Gibt es noch andere profitable, hochprofitable Candlestick Pattern? Und ich hatte in diesem Zusammenhang ja nicht umsonst auf dieses Buch Enzyklopädie auf Candlesticks Chart verwiesen. Ein Buchtipp meinerseits an dieser Stelle. Den Link findest du in der Description Box dieses Videos übrigens. Und zwar die Enzyklopädie auf Candlesticks Chart erschienen 2008, geschrieben von Thomas Bulkovski. Auch meines Wissens nach auf Deutsch erschienen. Ich habe allerdings jetzt nur hier die englische Version und auch den Link zum englischen Buch eben entsprechend eingestellt. Nichtsdestotrotz, du kannst ja auch mal dann schauen, ob du vielleicht die Enzyklopädie der Candlesticks Charts, wahrscheinlich erschienen im Finanzbuch Verlag eben tatsächlich findest. Auf jeden Fall in diesem Zusammenhang ein Buch, welches wahrscheinlich, wenn du dich näher mit der Theorie hinter Candlesticks und ganz besonders auch profitablen Candlestick Pattern auseinandersetzen willst, in deiner Trading Bibliothek tatsächlich nicht fehlen sollte. Zunächst, bevor wir beginnen wollen, eine kurze Einführung in Candlesticks generell, damit jeder, auch derjenige, welche, der sich das erste Mal mit dieser Thematik jetzt auseinandersetzt, eben klar darüber ist, was sind diese Candlesticks eigentlich. Also wenn du dir eine Trading Plattform runterlädst oder auch wenn du dir webbasierte Trading Plattformen oder Trading Charting Softwares betrachtest, dann wirst du in der Standard Version mit Candlesticks dich konfrontiert sehen. Deswegen wird es für viele gar nicht so wirklich klar sein, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, Charts zu zeichnen, Bar Charts, Linien Charts, Renko Charts gibt es noch, Point & Figure und so weiter. Und einer der Gründe, weswegen Candlesticks eben hier mittlerweile zum State-of-the-Art Charting Tool eben tatsächlich gehören, findet sich in dem Umstand, dass Candlesticks einfach eine Vielzahl an Informationen bereits enthalten innerhalb einer entsprechenden Kerze. Genau auf diese wollen wir uns eben entsprechend jetzt gleich fokussieren. Ganz vorweg, Candlesticks finden ihren Ursprung in Japan. Auch in dem Zusammenhang ein Buchtipp meinerseits, ich habe damals, als ich begonnen habe, mich mit dem Thema Trading und technische Analyse besonders näher auseinanderzusetzen, natürlich auch ein Buch zum Thema Candlestick-Theorie gelesen. Erschienen von Steve Nyson. Steve Nyson, einem übertragenen, ja derjenige, welcher der Candlesticks dann in die westliche Trading-Welt eben tatsächlich gebracht hat. Und ohne dort jetzt zu sehr in die Details zu gehen, steigen wir gleich ein. Candlesticks erstmal, was machen die überhaupt? Die kombinieren mehrere Informationen in einer Kerze und zielen dann ausgehend von aus diesen einzelnen Kerzen entstehenden Mustern eben, zielen darauf ab, künftige Kursbewegungen im übertragenen Sinne vorherzusagen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, auf der richtigen Seite aufzuwachen des Marktes. So sehen Candlesticks aus. Ich habe es jetzt an dieser Stelle, das ist eine englischsprachige Grafik, das ist aus einem englischsprachigen Webinar meinerseits übernommen worden an dieser Stelle, aber ich denke selbsterklärend ein Gehalten hier in weiß, beziehungsweise in schwarz. Unter normalen Umständen, besonders in meinen Charts, verwende ich anstatt des weißen Kerzenkörpers eines bullischen Kerzenkörpers. Wir werden gleich sehen, warum bullisch. Verwende ich normalerweise eine grüne Farbe, grüne Kerze, ab und an vielleicht auch blau im Falle eines bärischen Kerzenkörpers. Also in dem Fall ist es der schwarze. Das ist normalerweise in meinen Charts eigentlich ein roter Kerzenkörper. Und wie entsteht eine weiße an der Stelle Farbe oder die schwarze Farbe? Wir können es an dieser Stelle sehen. Der Open hier unten, das ist der Beginn der Kerze und dann der Schlusskurs, der oberhalb dieses Opens liegt, beziehungsweise im Falle einer bärischen Kerze, der schwarzen Kerze, ist der Eröffnungskurs offensichtlich oberhalb des Schlusskurses. So entsteht im Endeffekt dann der jeweilige Kerzenkörper, hier der Real Body, der echte Körper und infolgedessen dann auch die jeweilige Farbe. Also das heißt, ist die Kerze weiß, wissen wir sofort, der Open muss unterhalb des Schlusskurses liegen oder umgekehrt, ist der Körper rot, muss der Open oberhalb des Schlusskurses liegen. Dann sehen wir zudem das Hoch beziehungsweise das Tief der Kerze, welches dann sich natürlich am jeweiligen Hoch in dem Moment hier beziehungsweise am Tief widerspiegelt. Das ist in beiden Fällen, sowohl im bärischen Fall als eben auch im bullischen Fall ist das identisch. Was wir hier oben dann sehen, das ist etwas, was dann im Zusammenhang mit der Interpretation des Kerzenkörpers im Folgenden noch wichtig sein wird. Wir sehen den sogenannten Upper Shadow beziehungsweise den Lower Shadow. Im deutschsprachigen würde man das Ganze hier oben als Docht bezeichnen und hier unten als Lunte, was sich auch ergibt. Also eine Lunte, die zündest du im übertragenen Sinne an, stell dir das wie ein TNT, also wie ein Sprengsatz vor, den du anzündest und der dann eben abbrennt und explodiert beziehungsweise den Docht, den du oben ansteckst, wenn du zum Beispiel den Weihnachtskranz ansteckst, also anzündest an dieser Stelle. Auch das ist identisch in beiden Fällen. Das bedeutet also, du hast die Information Open High Low Close in diesem Fall alle in diesem Kerzenkörper und kannst anhand des Kerzenkörpers gleich erkennen, ob eben es sich um eine bullische Kerze oder um eine bärische Kerze handelt. Wenn du jetzt im Zusammenhang mit der Charttheorie vielleicht schon mal dir Balkenscharts angeschaut hast, dann wirst du an dieser Stelle feststellen, wo dort der Vorteil liegt, ganz anhand der Farbe des Kerzenkörpers eben hier, du hast die jeweilige definiert, wenn nicht, dann musst du dich vorher natürlich erstmal damit auseinandersetzen, was ist jetzt ein bullischer Körper und was ist ein bärischer Körper, aber gängig, wie gesagt, grün-bullisch, rot-bärisch. Dann hast du im Falle eines Balkenscharts natürlich die Möglichkeit, die gleichen Informationen hier herauszuziehen, aber nichtsdestotrotz, du musst genauer hinschauen, weil du nämlich dann an der linken bzw. rechten Seite dieses Balken eben entsprechend erstmal schauen musst, liegt jetzt der Eröffnungskurs ober oder unterhalb eben entsprechend des Schlusskurses und dann hast du in diesem Moment einfach eine intensivere Beschäftigung vor dir, dich mit diesem Balken auseinanderzusetzen. Im Falle einer Kerze hast du die Information einfach alleine durch die Farbe sofort eben entsprechend verfügbar. Und es gibt eben jetzt verschiedene Candlestick-Muster, um Richtung und auch Dynamik des Marktes eben aktuell zu bestimmen und in diesem Zusammenhang spielt dann eben tatsächlich der gesamte Komplex hier, dieser gesamte Körper der Kerze spielt dann entsprechend eine Rolle. Neben dem Körper, dem Real Body, eben tatsächlich auch Lunte hier unten bzw. doch dann entsprechend da oben und genau auf diese üblichen Candlestick-Muster, mit denen du vielleicht schon mal konfrontiert worden bist, wollen wir den folgenden Einblick werfen. Ich will auch schon mal eine erste Tendenz geben, damit du eine Idee davon bekommst, wie ich Candlesticks in meinem Trading eben tatsächlich verwende. Das ist so, dass ich natürlich mir über diese profitablen Pattern durchaus im Klaren bin. Nichtsdestotrotz natürlich aber auch darüber hinausgehend eben Candlesticks und die Interpretation von Candlesticks in mein Trading mit einfließen lasse, um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, wo liegt aktuell der Vorteil bzw. welche Informationen lassen sich besonders aus dem sich ausgebildeten Kerzenkörper eben dann ziehen. Beginnen wir zunächst mit einem Pattern, welches sich im Zusammenhang mit meinem Trading schon seit Beginn meiner Laufbahn eigentlich wiederfindet und da ganz besonders eben hier dieser Hammer, der sich herauskristallisiert. Wir sehen im Falle eines Hammers, da ausgehend von diesem roten Pfeil, dass wir im Endeffekt uns in einer Abwärtstrendbewegung wiederfinden. Es ist auch denkbar, dass wir uns in einer Korrektur in einem Aufwärtstrend wiederfinden. Dann ist das noch mal aussagekräftiger sogar. Und wir kommen also von oben und sehen dann eben entsprechend hier offensichtlich die Eröffnung. Also es handelt sich in diesem Fall um einen bullischen Kerzenkörper, also ein weißer Kerzenkörper. Das bedeutet an der Stelle einfach, der Schlusskurs liegt oberhalb des Eröffnungskurses. Und was wir aber erkennen können, ist eben hier unten diese recht langgezogene Lunte an dieser Stelle. Und daraus lässt sich Folgendes schließen, nämlich, dass wir offensichtlich die Kerze hier haben eröffnen sehen. Und dann gab es zunächst Verkaufsdruck, der sich in Folge dieses bis dato entsprechend aufgebauten bärischen Momentums vielleicht fortgesetzt hat. Aber dann muss es bis zum Ende der Kerze, also gehen wir davon aus, dass diese eine Kerze einen Tag und die entsprechende Handelsspanne abbildet. Dann muss es in Folge des Tages irgendwann zu einem sogenannten Reversal, zu einer Umkehr gekommen sein, der Price Action. Und die hat dann dazu geführt, Abschläge hier, die sich durch diese Lunte eben dann kennzeichnen, da unten eben das Tagestief, dass diese in diesem Moment wieder aufgeholt worden sind und nicht nur uns zurück zur Eröffnung geführt haben, sondern sogar haben auf höheren Hochs für den Tag und im Bereich der Tageshochs schließen lassen. Und dadurch entsteht dann entsprechend eben ein Hammer. Und die plumpe Identifikation dieses Musters deutet da darauf hin, dass sich der Abgabedruck eventuell jetzt beginnt abzubauen und dass wir jetzt eher die Longseite favorisieren sollten. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, natürlich, eine Kerze allein, wenn man es mal ganz einfach spricht, macht noch keinen Sommer. Also eine Schwalbe alleine macht noch keinen Sommer, heißt das, was reden wir mal von Kerzen. Also, das bedeutet an dieser Stelle eben, diese Kerze alleinstehend ist jetzt sicherlich erstmal nur ein, ja, ein Inferior, ein nicht ausreichend starkes Signal, um hier eine Longposition aufzubauen. Aber in Kombination mit dem Gesamt-Bias, Sentiment, auch fundamentalen News, die vielleicht mit einflossen sind, im Gesamtkontext mit einer entsprechenden Chart-Formation, Chart-Analyse, dass wir zum Beispiel grundsätzlich eine Aufwärtsstruktur zum Beispiel sind, eine Korrektur gesehen haben und dieses Muster tritt im Bereich einer ehemaligen Widerstandsregion, die jetzt von oben angelaufen zu einer Unterstützungsregion wird, auch von dergleichen, haben wir eventuell einen Gesamtkontext, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Pattern sich bullisch auflöst und dass wir dann anziehende Notierung sehen, haben wir einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass dem der Fall ist. Unterm Strich soll hier jetzt erstmal nur darum gehen, dass wir eben mal sehen, wie man solch eine Kerze interpretieren kann. Also Eröffnung, wir sehen Abgabedruck, der sich durch diese Lunte auf der Unterseite abzeichnet und dann sehen wir einen Schlusskurs, der oberhalb der Eröffnung liegt und im Bereich der Tageshochseben stattfindet, was grundsätzlich erstmal zeigt, dass der Abgabedruck nicht nur abnimmt, sondern dass die Käufer im übertragenen Sinne die Überhand gewinnen. Das Pendant hierzu, zu diesem Hammer, ist der Hangingman, genau so zu interpretieren. Sprich, wir eröffnen hier im Bereich der Tageshochs, sehen dann in einem Aufwärtstrend allerdings zunächst einmal Abgabedruck, der sich auch hier durch diese Lunte widerspiegelt, der aber erstmal zurückgekauft wird. Ich finde dieses Pattern nicht ganz so aussagestark. Ich werde gleich das Pendant zum Hammer, welches dann in einem Aufwärtstrend auftritt, eben tatsächlich noch näher beleuchten. In diesem Zusammenhang werden wir gleich ein anderes Muster noch kennenlernen. Nichtsdestotrotz könnte man das zunächst mal bärisch interpretieren, auch wenn ich es nicht ganz sofort intuitiv erkenne. Denn alleine der Umstand, dass wir von diesen Tagestiefs erstmal nochmal zunehmenden Kaufdruck sehen, der einen Großteil der Abschläge bis dahin wieder zurückkauft, ist eigentlich kein sehr bärisches Signal. Also zumindest nicht in meiner Interpretation. Deswegen bin ich bei diesem Pattern hier ein wenig reserviert tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz lässt sich natürlich der Kerzenkörper entsprechend gleich identifizieren. Was mir besser gefällt im Bereich der bärischen Price Action, auf die wir uns mal fokussieren wollen, wir haben jetzt gerade hier ein bullisches Beispiel gemacht, deswegen schauen wir uns jetzt das bärisch engulfing an, auch wenn das bullish engulfing eben sich identisch nur eben spiegelverkehrt interpretieren lässt. Wir haben einen Aufwärtstrend, den wir eben sehen, mit einem entsprechenden weißen Kerzenkörper und die darauf folgende Kerze, die umschließt diesen Kerzenkörper vollständig. Und wir eröffnen im Bereich der Tageshochs und schließen im Bereich der Tagestiefs, wobei, wie gesagt, der vorherige Kerzenkörper vollständig umschlossen wird. Und dieses Pattern bezeichnet man eben als bearisch engulfing. Man wird vielleicht auch in der klassischen Charttheorie von vielleicht Outside Days sprechen an der Stelle. Da gibt es also in Anführungsstrichen viele Wege, die nach Rom führen. Der ein oder andere, der sich nicht mit der Candlesticktheorie, sondern klassischer Chartanalyse auseinandersetzt, der wird vielleicht mit dem Outside Day argumentieren oder beziehungsweise von diesem sprechen. Nichtsdestotrotz, unterm Strich ist das Gleiche gemeint. Und das ist ein wesentlich bärischeres Signal, meiner Einschätzung nach, als eben dieser Hanging Man. Zum einen, weil es eben aus zwei Kerzenkörpern besteht. Das heißt, ich habe mehr Informationen, die ich hier verarbeiten kann. Zum anderen eben auch, weil es intuitiver ist. Wenn ich im Bereich der Tageshoße eröffne und dann den vorherigen Kerzenkörper, der bullish ist oder grün ist, Aufschläge zeigt, komplett umschließt, sogar im Bereich seiner Tagestiefs eben entsprechend den Tagesschluss sieht, dann haben wir in diesem Zusammenhang ein Pattern, was eben deutlicher darauf hindeutet, dass das Aufwärtsmomentum mindestens kurzzeitig zum Erliegen kommen könnte. Also bullish engulfing, bearish engulfing, da intuitiv und einen klaren Richtungswechsel abzeichnend im Gesamtmuster, im Gesamtkontext betrachtet natürlich auch jener Pattern, welches ich aus der Candlestick-Theorie bevorzuge und worauf ich dann auch definitiv einen Blick werfe. Ganz kurz übrigens, bevor wir jetzt weitermachen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, du fragst dich vielleicht, naja, diese Pattern können ja auf jeder Zeitebene auftreten. Das ist absolut richtig. Ich bevorzuge allerdings die übergeordneten Zeitebenen, wenn ich solche Candlestick-Pattern betrachte, desto höher die Zeitebene, besonders dann der Tag und dann vielleicht noch die 4-Stunden-Basis im FX-Bereich oder die Stundenbasis, desto höher die Zeitebene, desto aussagestärker wird dann entsprechend dieses Pattern, auch wenn natürlich auf Tagesebene auch weitere Aspekte, vielleicht wenn es ein längerfristiger Trade ist, das fundamentale Bild, auch der BIAS, sprich das Sentiment, Commitment of Traders Report oder irgendwelche Sentiment-Indikatoren, die seitens des jeweils genutzten Brokers zur Verfügung gestellt werden, eben mit Sicherheit dann eine Rolle spielen sollten. Blicken wir auf das nächste Pattern. Morningstar bzw. Eveningstar. Auf den Eveningstar werden wir gleich noch explizit eingehen, deswegen können wir uns hier mal ganz kurz dem Morningstar eben tatsächlich widmen, wobei wir, wie gesagt, eben dem Eveningstar tatsächlich gleich eine erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit von über 70% zugestehen. Das kann ich soweit schon mal vorwegnehmen. Der Morningstar an der Stelle ist ein bullisches Pattern. Welches im Endeffekt zeigt, dass wir eine Abwärtstendenz haben mit starkbärischen Vorgaben und dann eben hier einen, ja, einen Kampf zwischen Bullen und Bären ausmachen können. Die Abwärtsdynamik, die setzt sich zwar noch fort, nichtsdestotrotz ist alles in allem, ausgehend von erhöhter Volatilität und starker Abwärtsdynamik, ein Tag mit niedriger Volatilität dann folgend oder eine Kerze mit erheblichen Periode mit niedriger Volatilität, die sie eben zeigt, zeigt, dass grundsätzlich erstmal das bärische Momentum zum Erliegen kommt. Und in der Tat, jetzt kommt es hier zu einem kleinen Unterschied. Wenn man genau darauf achtet, wenn man sich das jetzt einprägt und gleich anwendet auf die Betrachtung hinsichtlich des Eveningstars, den wir noch in Detail auch aus wahrscheinlichkeitstheoretischer Perspektive beleuchten wollen, dann wird man hier feststellen, dass meine Kerzenkörper in diesem Fall den vorherigen umschließen. Und das findet sich im Kern tatsächlich darin wieder, dass ich eben dieser bärisch engulfigen oder bullisch engulfigen Struktur schon eine erhöhte Signifikanz zugestehe. Ich möchte dann auch im Falle eines Morningstars oder Eveningstars, auch wenn es nicht vorausgesetzt wird, aber ich möchte auch gerne hier tatsächlich das Umschließen sehen anhand eines solchen sogenannten Outside Days dann an dieser Stelle. Sei es jetzt im bullischen oder sei es im bärischen Fall. Es ist aber nicht zwangsläufig erforderlich. Also das heißt, solch ein Eveningstar, der muss nicht zwangsläufig hier in diesem Fall den vorherigen Kerzenkörper, den bullischen Kerzenkörper oder die grüne Kerze bzw. weiße Kerze, den vorherigen roten, schwarzen Kerzenkörper vollständig umschließen. Ich würde es aber gerne sehen, würde dem dadurch eine noch mal höhere Signifikanz zugestehen, weil es eben dann im übertragenen Sinne Morningstar Querstrich Eveningstar mit meinem präferierten Bullish Engulfing, Bearish Engulfing eben noch mal ergänzen würde. Und dann final, da kommen wir jetzt nämlich dann in dem letzten Fall hier, kommen wir zum Shooting Star, dem Äquivalent, dem ich eine höhere Signifikanz zugestehe als dem Hammer. Im Endeffekt könnte ich jetzt alles umdrehen, was ich gerade hier zum Hammer und zum Hanging Man gesagt habe, zum Inverted Hammer und Shooting Star. Während ich den Hammer zum Beispiel als politisches Signal sehe durch die dargestellten Überlegungen, die dahinter stehen, kann ich das zum Beispiel beim Inverted Man nicht so wirklich nachvollziehen, weil da eröffnen wir im Bereich, in einem Abwärtstrend, im Bereich eben der Tagestiefs. Wir sehen zunächst bullische Action durch eben den hier auftretenden Docht, der allerdings im Laufe des Tages zurückverkauft wird. Und dann schließen wir zwar positiv für den Tag, aber nichtsdestotrotz deutlich mit Abstand eben hier zum Tageshoch an der Stelle. Ich interpretiere das nicht als sehr bullisch tatsächlich, sondern sehe da eben noch nicht ausreichend Gegenwehr seitens der Bullen. Nichtsdestotrotz in der klassischen Candlestick-Theorie, in den klassischen Candlestick-Mustern ist das ein Muster, was durchaus der Long-Seite zugestanden wird. Das sehe ich hier im Falle des Shooting Stars schon wesentlich klarer und intuitiver und in dem Fall auch nachdrücklicher. Wir eröffnen hier, wir schließen offensichtlich unterhalb der Eröffnung, also dadurch kommt der rote Kerzenkörper zustande. Und was wir eben sehen können in einem Aufwärtstrend ist, dass wir zunächst eine Fortführung der Bullischen Action sehen, aber dann im Laufe des Tages offensichtlich hier abverkauft werden und sogar im Bereich der Tagestiefs eben schließen, unterhalb der Eröffnung. Was eben ebenfalls auf ein Reversal hindeutet und was eben entsprechend die Bären, die die Macht gewinnen oder die das Ruder übernehmen, eben wesentlich besser und intuitiver widerspiegelt, als im Falle eben hier dieses Hanging Man meiner Einschätzung nach. Also das bedeutet, um es jetzt mal zusammenzufassen, Hammer, die Engulfing-Familie und dann auch hier vorausgesetzt allerdings das Engulfing, das spiegelt sich im Evening Star oder Morning Star wieder. Das sagt mir sehr zu. Abschließend Bärisches Pattern, Shooting Star, das sind die Klassiker, die ich auch in meinem Trading und meiner Chart-Analyse mit einfließen lasse und mit denen ich bis jetzt zumindest relativ gut gefahren bin. Also dass du auf jeden Fall schon einmal so eine Richtung hast, wo dort eventuell dann auch für dich in Zukunft vielleicht dein Trading hingeht und dein Blick drauf fällt im Zusammenhang eben mit deiner Einschätzung für die Märkte. Das zur Einführung. Was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns diesen drei profitablen Chart-Pattern, Candlestick-Pattern eben tatsächlich widmen und wollen in diesem Zusammenhang zunächst einen Blick werfen auf die Three-Line-Strike. Three-Line-Strike ist ein Candlestick-Reversal-Pattern. Du wirst feststellen, Reversal an der Stelle bedeutet so viel wie Umkehr, das ist das englische Wort dafür und es zielt offensichtlich darauf ab, dass eben eine Trendumkehr angezeigt werden soll. Das wird auch jetzt im Folgenden eben tatsächlich eine Rolle spielen. Ich möchte an der Stelle aber ein bisschen relativieren, vielleicht schon darauf hinwirken. Trendumkehr ist nicht zwangsläufig gemeint, sondern es könnte auch einfach erstmal dahingehend interpretiert werden, dass sich der vorherrschende Trend abschwächt. Es könnte dann also sein, dass wenn du solch ein Pattern in deinem Trading identifizierst, dass du ausgehend von der Identifikation die Wahrscheinlichkeit jetzt wachsen siehst, dass eben sich der Trend mindestens abschwächt. Ob es zu einer Trendumkehr kommt oder nicht, dafür würde ich vielleicht ergänzend nochmal Price Action, markttechnische Aspekte mit einfließen lassen, unterschreiten vorheriger relativer Hochs oder relativer Tiefs, je nachdem. Aber unterm Strich, dass zumindest einmal es dabei bleibt, dass der Trend sich mindestens abschwächt. Three-Line-Strike ist eben eins jener Candlestick-Pattern, welches dort eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eben tatsächlich besitzt, dass das auch tatsächlich der Fall ist. Nach Bulkovski, das muss noch ganz kurz eingefügt werden, also nach diesem Buch Enzyklopädie der Candlestick-Charts. Three-Line-Strike haben wir eben hier ein Downtrend, ein Abwärtstrend, der sich eben zeigt durch drei Kerzenkörper, bärische Kerzenkörper, die anschließend hier von einer grünen Kerze vollständig eben entsprechend umschlossen werden und dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 84% wirklich eine Trendumkehr anzeigen und damit die Wahrscheinlichkeit an der Stelle eben gegeben ist, dass es dort aufwärts geht. Du kannst auch hier an dieser Stelle erkennen, Three-Line-Strike, das passt wieder relativ gut, auch in der Darstellung, so wie ich es hier dann eben erstmal grob aufgefasst habe, passt relativ gut wieder in diese Engulfing-Überlegung, weswegen mir eben Engulfings grundsätzlich, bearish und bullish Engulfing-Pattern in der Candlestick-Theorie recht gut zusagen, weil einfach hier sehr deutlich klar wird, dass die Käufer hier verstärkt in den Markt streben in diesem Fall. Also wir haben einen Abwärtstrend und wir sehen dann eben durch diese sehr stark tiefgrüne Kerze, die die vorherigen bärischen Kerzenkörper komplett umschließt, dass eben hier eine Trendumkehr sich abzeichnet. Bullisches Three-Line-Strike, bärisch äquivalent natürlich, da treten, wie gerade gesagt, drei bärische Candles auf, wobei jede Kerze tiefere Tiefs auszeichnet. Das ist Punkt eins, das ist wichtig zu berücksichtigen und dann eben auch ein Schluss nahe der Tagestiefs erfolgt. Also was wir nicht sehen möchten ist, dass wir hier einen ganz kleinen Kerzenkörper haben, wonach wir im Bereich eben hier der Tageshoße eröffnen, Abverkauf sehen und dann entsprechend dieser bis zum Ende des Tages wieder komplett aufgekauft wird. Also das bedeutet, wir müssen sicherlich prozentual das festlegen, aber dass wir im Bereich zwischen 80 bis 90 Prozent der bis dato aufgelaufenen Kursverluste für den Tag halten, in Anführungsstrichen, und es nicht zu einer deutlichen Erholung eben kommt, die uns von diesen Abschlägen, sagen wir von 100 Punkten, 50 Punkte wieder zurückbringt, sondern dass wir eben von 100 Punkten Abschlägen entweder am Tagestief schließen oder aber 10, 20 Punkte eben tatsächlich von diesen Tagestiefs zurücklaufen, um das mal in klaren Zahlen auch auszudrücken. Das tritt dreimal in Folge auf. Wie gesagt, tiefere Hochs, tiefere Tiefs an der Stelle und dann tritt eben hier die Kerze auf, die dieses Three-Line-Strike-Muster im Grunde genommen vervollständigt und den Trend potenziell umkehrt. Die vierte Kerze also, die eröffnet zum einen erstmal unterhalb des letzten Tiefs. Das ist eine Betrachtung, die ist natürlich anzupassen. Wenn wir jetzt im Devisenbereich sind, dann wirst du in Folge eben des 24-Stunden-Handels hier keine Down-Gaps nochmal an der Stelle sehen, sondern das ist wahrscheinlich eher eine Betrachtung, die für den Aktienbereich dann relevant wird oder beziehungsweise vielleicht auch für Aktienindizes, die eben eine verlängerte Pause zwischen eben den jeweiligen Handelszeiten wiederfinden, eben haben. Aber unterm Strich sollte es so sein, dass wir eben auch auf tieferen Tiefs eröffnen bei dieser Kerze. Das ist aber nicht ein Muss, jedenfalls nicht dann, wenn wir ganz besonders diese Candlestick-Pattern, dieses Three-Line-Strike eben im Devisenbereich Anwendung finden lassen. Und dann setzen wir eben hier zu einer scharfen Gegenbewegung an, zu einem Reversal, welches die vorherigen drei bierischen Kerzen mit einem Outside-Bar, wie gerade eben auch dargestellt, Stichwort Engulfing-Pattern, eben komplett umschließt und oberhalb des Hoch sogar der ersten Kerze der Formation schließt. Also das sieht man eben hier auch. Das bedeutet, wir haben eben nicht nur eine sehr bullische Kerze, sondern einen Schlusskurs, der oberhalb hier des Eröffnungskurses der ersten bierischen Candle eben tatsächlich dann schließt. Und nach Bulkovski, nach diesem Buch, Enzyklopädie der Candlestick-Charts, hat dieses Pattern eine 84-prozentige Wahrscheinlichkeit dann für weiter bullische Action. Also das heißt, dass wir dann hier eine sich etablierende Trend-Aufwärtsstruktur sich sehen, sich eine Aufwärtsstruktur etablieren sehen und dass dann eben entsprechend weitere Aufschläge mit 84-prozentiger Wahrscheinlichkeit erwartet werden sollten. Weiteres hochprofitables Candlestick-Pattern, 3 Black Crows, die wir gerade zu Beginn schon eben thematisiert hatten, die wir in der frühen Tutorial schon thematisiert hatten. Ebenfalls ein Candlestick-Reversal-Pattern, das zielt darauf ab, eben eine Trendumkehr anzuzeigen. Ein bierisches Pattern an der Stelle, also 3 Line Strike war bullisch und bierisch. In dem Fall 3 Black Crows ist ein bierisches Pattern eben tatsächlich, welches hier Betrachtung findet. Wir haben vorher einen Aufwärtstrend, zum Beispiel sich widerspiegeln durch steigende Hochs und steigende Tiefs. Dann drei bierische Kerzen und eine Fortführung des Abwärtstrends früher oder später, muss man an der Stelle sagen. Auch das gilt es entsprechend abzuwarten. Wir werden gleich ein aktives Beispiel eben wirklich sehen, im Dollar japanischen Yen zum Beispiel, wo wir sehen, dass sich dieser Trend beginnt dann über mehrere Wochen bis Monate sogar zu etablieren. Und in diesem Fall haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 78%. Dieses bierische 3 Black Crows tritt im Anschluss an einen Aufwärtstrend mit 3 bierischen Candles auf, wie ich schon bereits sagte. Und jede Kerze markiert ein tieferes Tief und schließt auch wieder im Bereich seiner Tagestiefs. Auch hier würde ich wieder sagen, dass wir mindestens 80 bis 90% vielleicht sogar der jeweiligen bierischen Action dann vom Tageshoch- oder beziehungsweise vom Eröffnungskurs eben hier auf der Unterseite halten können. Und ausgehend vom Candlestick-Muster ist dann davon auszugehen, dass eben tiefere Tiefs markiert werden und sich infolgedessen ein Abwärtstrend etabliert. Polkowski beziffert die Wahrscheinlichkeit nach seinen Ausführungen eben auf 78% für weiter bierische Action. Und neben der ganzen Theorie wollen wir uns an der Stelle jetzt mal die Möglichkeit gönnen, an der Stelle auf einen Chart eben zu schauen. Ich bin normalerweise ein großer Freund davon, das sage ich gleich vorab, dass ich hier ein aktuelles Beispiel tatsächlich dann präsentiere. Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass diese hochprofitamen Candlestick-Pattern in den seltensten Fällen auftreten und dadurch auch natürlich aber auf der Kehrseite wiederum die hohe Profitabilität haben. Ich habe allerdings bei dann meinem Skippen durch die Trades beziehungsweise durch die Charts habe ich dann festgestellt, relativ zügig bei einem Blick, dass eben im Dollar japanischen Yen genau dieses Three Black Crows Pattern eben aufgetreten ist und auch sich beginnt so aufzulösen, wie man es in der Mehrzahl der Fälle erwarten würde. Ich habe hier dazu mal einen Screenshot gemacht. Da sieht man auch, dass das eben tatsächlich sich seit geraumer Zeit schon etabliert hatte und hier aufgetreten ist im Bereich der bis dato aktuell tatsächlich 2020er Jahreshochs und das war kurz vor Corona. Es gibt den einen oder anderen, der vielleicht sich fragt, hat man das irgendwie absehen können? Also wer sich ein bisschen mit Trading beschäftigt, dem wird das ein oder andere Trading Buch, sehr gute Trading Buch, sicherlich auch in die Hände gefallen. Unter anderem auch Mike Cowles Trend Following zum Beispiel. Das ist ein Buch, welches sich dem Trendfolgeansätzen oder Trendfolgetrading Theorie auch mal en Detail eben tatsächlich widmet. Und Cowles stellt in diesem Buch zum Beispiel auch heraus, dass Trendfolgeansätze in den seltensten Fällen überrascht werden von sogenannten schwarzen Schwänen. Und jetzt tue ich mich ein bisschen schwer an der Stelle ausschließlich auf eben Trendfolgeansätze hier zu verweisen, besonders wenn es eben um eine Trendumkehr geht und dann ein solches Reversal Pattern. Aber die Möglichkeit besteht und sie soll an dieser Stelle eben uns hier nutzen, um dann eben auch eine Möglichkeit zu skizzieren, wie es möglich war, diesen sich etablierenden Wohler-Schock, so nenne ich ihn jetzt mal, rund um Corona eben eventuell zu antizipieren. Und diese Trendumkehr hat sich in der Tat hier oben tatsächlich etabliert. Also wir haben zunächst gesehen, ein Aufwärtstrend, der sich im Dollar japanischen Yen eben etabliert hat, mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Und dann ist eben hier innerhalb von drei Tagen im Dollar japanischen Yen dieses Three Black Crows Muster eben tatsächlich aufgetreten. Wie gesagt, dann kannst du dir selber anschauen, den Chart. Einfach mal bis Juli, August 2019 zurückgehen in einem Daily Chart. Dann findest du diese Struktur relativ zügig mit den steigenden Hochs und steigenden Tiefs. Und dann eben Ende Februar, Anfang März 2020 treten eben diese Three Black Crows, dieses Trend-Reversal-Pattern eben da auf. Und es ist offenbar, dass sich danach eben dieser Abwärtstrend massiv beschleunigt hat. Hat natürlich das Marktumfeld begünstigt, selbstverständlich. Risk-off, kollabierende US-Zinsen, zehnjährige Zinsen. Wir wissen ja um die positive Korrelation von zehnjährigen Zinsen und Dollar japanischem Yen beispielsweise. Aber an dieser Stelle wird eben offenbar, dass eben dieses Muster ganz offensichtlich tatsächlich eine Trendumkehr angekündigt hat. Mit Sicherheit begünstigt nochmal durch das Umfeld, welches sich ergeben hat. Aber unterm Strich spielt das keine Rolle, durch was dann diese bärische Action getriggert worden ist. Sie ist getriggert worden. Und dass dieses Three Black Crows Muster eine erhöhte Wahrscheinlichkeit hat, eine Trendumkehr anzuzeigen mit 78 Prozent, das ist ja mindestens schon seit zehn, zwölf Jahren dank dieses Buchs von Bulkovsky bekannt. Insofern einfach ein Beispiel aus der Praxis. Es gilt an der Stelle immer so ein bisschen vorsichtig zu sein. Der ein oder andere tendiert vielleicht auch dazu, hier zum Beispiel so ein Three Black Crow Muster zu sehen, mit drei bärischen Kerzen, die sich aneinander eben anschmiegen. Das, was ich mich dabei schwierig finde, ist, dass kein klarer Aufwärtstrend erkennbar ist. Also ich möchte hier wirklich auch dann, wenn es sich um ein Trendumkehrmuster handelt, auch wirklich eben entsprechend einen vorherigen Trend haben. Sei es ein Aufwärts- oder entsprechend ein Abwärtstrend. Gleiches gilt auch im Zusammenhang mit beispielsweise klassischen Chartformationen. Da sind wir von der Candlestick-Theorie weg, mal bei Schulterkopf-Schulterformationen. Natürlich könnte man diverse Schulterkopf-Schulterformationen, auch inverse Schulterkopf-Schulterformationen eben entsprechend sehen. Für mich ist eine Schulterkopf-Schulter aber immer auch ein Trend an erster Stelle, ein Trendumkehrmuster. Und das bedeutet, wenn ich vorher keinen Trend habe, dann macht es keinen Sinn, eine solche Trendumkehrformationen eben zu formulieren. Also das gilt auch im Zusammenhang beispielsweise mit inversen Pattern. Da gibt es ab und an charttechnische Betrachtungen, die wirklich sehr schön aussehen, sehr elegant anmuten und wo sich das sicherlich dann noch früher oder später mal tatsächlich dann in stärkeren Aufschlägen zum Beispiel auflöst, dieses Pattern. Aber ich bin mir immer nicht so sicher, ob dort nicht der Wunschvater des Gedanken ist, dass es sich auch wirklich um eine Auflösung dieser Chartformation handelt oder ob das nicht einfach ein Zufallsprodukt eben tatsächlich ist. Sobald wir eben einen Trend haben, macht es Sinn, mit Trendumkehrformationen zu arbeiten. Solange kein Trend vorherrscht, wie hier beispielsweise, wo ich vorher keinen klaren Trend identifizieren kann, ist der sich dann später etablierende Abwärtstrend eher ein Zufallsprodukt meiner Einschätzung nach. Das sieht hier in dieser Konstellation einfach klassischer und der, in dem Fall Candlestick-Theorie einfach in diesem Zusammenhang einfach nachvollziehbarer aus. Und dann, ja, dann kommt noch das dritte Pattern, der Evening Star. Auch den hatten wir initialer schon kurz erwähnt gehabt. Der Evening Star, den wir ebenfalls nicht nur als weitlich bekannt eben erkennt haben, sondern eben auch gerade eben schon eingangs als mögliches Trendumkehr-Candlestick-Pattern eben erkannt haben. Hat tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit hier von 72 Prozent. Und hier sieht man auch die bei mir exemplarische Darstellung mit diesem Engulfing. Also ich kombiniere im Grunde genommen dort die einzelnen Pattern auch gerne, um für mich dann einen meinem Charakter eher widerspiegenden und mich in einer Wohlfühlzone im übertragenen Sinne vielleicht auch schon ein eindringlicher, intuitiver, nachvollziehbaren Candlestick-Pattern eben wiederzufinden. Wir haben gerade gesehen, es ist nicht zwangsläufig erforderlich, dass der vorherige Kerzenkörper vollständig umschlossen wird. Aber ich würde es gerne sehen, denn es würde nochmal der bierischen Einschätzung dann vielleicht, also mir jedenfalls, ein Anführungsstrichen besseres Gefühl, beziehungsweise der bierischen Einschätzung nochmal Nachdruck verleihen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dieses Pattern eben tatsächlich sich dann auch wirklich bierisch auflöst. Evening Stars treten am Ende von Aufwärtstrends auf, wie wir es gerade auch schon gesehen haben. Auch das, der Evening Star, wir haben den Morning Star auf der Kehrseite, der das Pendant darstellt, aber an der Stelle der Evening Star, auf den wir hier blicken, da handelt es sich wirklich auch nur um ein rein bierisches Pattern. Und hier tritt eben diese lange bullische Kerze auf, mit Markierung neuer Hochs, der die Aufwärtsstruktur vorher bestätigt. Und dann in der Folgekerze, in Aktien treten auch wieder nicht selten Aufwärts Gaps auf, also das heißt, dass wir oberhalb dann des Schlusskurses und der Hochs des Vortages hier eröffnen. Im FX-Bereich ist das eher unwahrscheinlich durch eben den 24-Stunden-Handel. Dann tauchen eben die Käufer ab. Also das heißt, wir sehen eventuell hier in diesem Zusammenhang noch leichte Aufschläge an der Stelle, aber der Kerzenkörper ist alles in allem in Summe relativ klein, weil die Verkäufer an der Stelle noch nicht aggressiv auf den Plan treten. Und die dann kleine auftretende Kerze, die wird dann am darauffolgenden Tag eventuell mit einem Gap Down, dadurch entsteht ein sogenanntes Island Gap, also eine Insel, die sich hier abzeichnet. Das ist allerdings auch keine hundertprozentige Voraussetzung. Dann kommt eben starker Verkaufsdruck auf, der dann nach Möglichkeit den vorherigen bullischen Kerzenkörper, diese Aufwärtsstruktur hier fortgeschrieben hat, eben tatsächlich umschließt. Aber nochmal, das ist keine Voraussetzung, das ist nicht erforderlich. Und ja, die resultierende Kerze, die ist dann eben hier auf der Oberseite, wie gesagt, relativ klein zunächst einmal und die dann auftretende stark bärische Kerze zeugt von einem Kippen der Marktstimmung im übertragenen Sinne und von einer Machtübernahme der Bären an der Stelle, die eben dann die Wahrscheinlichkeit für weitere Abschläge eben mit 72% widerspiegeln. Ja, das zu diesen drei hochprofitablen Candlestick-Pattern an dieser Stelle und mal über die klassische Candlestick-Theorie hinaus ein paar Ausführungen meinerseits. Ich hoffe, dass dir das Video gefallen hat. Wenn ja, lass gerne ein Like hier, abonniere gerne den Kanal, lass mich auch gerne wissen, schicke eine E-Mail an jklatt.jk-trading.com. Wenn es weitere Themen gibt, die dich interessieren und womit wir uns dann in Zukunft auseinandersetzen wollen, wie gesagt, dieses Video ist entstanden, weil mich jemand im Zusammenhang eben mit diesen Theoryback-Cross fragte, ob wir noch darüber hinausgehen, weitere hochprofitable Candlestick-Pattern eben tatsächlich beleuchten können. Können wir. Und ich würde mich freuen, von dir zu lesen in diesem Zusammenhang, wenn es Wünsche auch deinerseits gibt. Ich wünsche dir allzeit happy trading. Pass auf deine Stops auf, hab dich wohl. Bis zum nächsten Video-Tutorial. Bis dahin, mach's gut und tschüss.